Norddeutscher Rundfunk 2021 Wir haben nichts zu verlieren. Jedes gute Ergebnis zählt für uns. Wir haben letztes Jahr in Oldenburg vor 8.000 gespielt. Wir haben auch gewonnen. Ich versuche, die Differenz zwischen meinem Wert, vielleicht 1.000 Berg und Maradona, 19 Millionen Euro, etwas zu verkleinern. Wenn man das so sagen will. Wenn man das so sagen will. Nachdenken. In der nächsten Jahr. In der nächsten Jahr. In der nächsten Jahr. Untertitelung des ZDF, 2020